Und damit herzlich willkommen zurück, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen in der d-d-d-d-deutschen Fortszene. Zu einem weiteren Ranked Replay von auf der linken Seite, Debut. Herzlich willkommen, ein neues Gesicht auf dem Kanal, auf gute zukünftige Zusammenarbeit. Und er spielt Spion. Ja, was macht Spion jetzt für euch rechts eingeblendet? Passive Fähigkeit, sorgt dafür, dass ihr wisst, was der Gegner für ein Operator spielt, wie viele Ressourcen er hat, was er zuletzt platziert hat. Ja, ist ganz nice, sag ich mal so. Ähm, manche mögen den Operator nicht, ich weiß gar nicht wieso. Steffen ist ein kleiner Fanadiker, aber wird von seinem Coach gerade dazu gezwungen, Pinch zu spielen. Na gut, kennt man. Was macht Spion noch mit aktivem Fähigkeit? Sieht man, dass Ford des Gegners komplett und stiehlt zusätzlich 200 Metall und 2000 Energie. Er spielt gegen auf der rechten Seite im Ranked Replay. Diesen, diesen Tages, diesen, dieses Tages, diesen Tages? Whatever, gegen Pedro. So, ja, unser Spieler 2, wir wissen nicht, wer er ist. Ja, das Ranked ist ja immer noch anonym, von daher wissen wir nicht, wer hier auf der rechten Seite spielt. Deswegen nehmen wir ihn Petro. Und er spielt Geißhals. So, auf der linken Seite sehen wir eine Waffenkammer, 5 Min, 2 Windturbinen. Das ist viel Economy für diese Map. Es wird kein Raketenrush werden, äh, kein, kein, Raketenrush? Wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht noch am ehesten das, aber ich glaube eher Tier 2. Bin ich mir nicht sicher. Hat hier das gesamte Metall oben und unten vor seinem Core verkauft und, ja, anders gereinforced. Ist jetzt nicht mehr Basso safe. Jetzt verkauft er es wieder. Die Storage ist ein bisschen her. Und die T2-Technologie sowieso. Also, hier auf der linken Seite vermute ich die T2-Technologie. Und auf der rechten Seite der liebe Pedro. Ja, da spielt die Newgrush. Ja, ganz klassisch. 3 Min, 2 Windturbinen, Werkstatt, Upgradecenter. Nur eine. Was heißt ganz klassisch? Ganz klassisch. Er hat die Werkstatt nicht verkauft und baut jetzt erst den zweiten Schwarmraketenwerfer. Hm, interesting, die Taktik. Bin ich sehr gespannt, ob das viable ist. Hier oben kommen jetzt Sandsäcke rein. Okay. Bin ich sehr gespannt. Anschein scheint Debut auf dieser Map geschädigt zu sein von Feuermörsern. Und deswegen direkt Sandsäcke oben drauf, damit da nichts schief gehen kann. Tier 2-Technologie jetzt für ihn am Start verkauft. Die Waffenkammer aber noch nicht. Ich bin gespannt, was wir hier sehen werden. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, kein Splitscreen für euch, Leute. Leider zur Zeit. Alter, ich muss vorproduzieren. Das ist wieder ein Teil des vorproduzierten Videos. Der vorproduzierten Videos. Und deswegen muss ich leider auf Splitscreen verzichten. Das würde jetzt einfach zu viel Zeit fressen. Es tut mir leid. Ja, sie werden wiederkommen. Die Splitscreens. Ich weiß, ihr liebt sie. Ich liebe sie selber. Ja, sie sind auch einfach geil. Aber ich habe gerade vorproduzieren, habe ich nicht die Zeit dazu. Es tut mir wirklich leid. Aber sie werden wiederkommen. Das verspreche ich. So, wir drücken mal F8. Ja, vierte Minute bricht gleich an. Wir haben das erste Upgrade hier. Wenn ihr so spielt und nur eine Nuke upgraden wollt, bin ich gespannt, ob ihr jetzt auch noch die zweite Upgrade ist. Gradet die hintere ab. Dann könnt ihr beide gleichzeitig abschießen. Jetzt muss er die Schwammraketen und die Nuke versetzt feuern. Damit die Schwammraketen vor der Nuke sind. Vor der Nu... Ja, damit die Schwammraketen vor der Nuke sind. So. Mein Gott. Zwei Mini-Gunner-Kreissäge am Start. Werkstatt mittlerweile verkauft. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. War das ein AP-Sniper? Ne, das war ein normaler Sniper, ne? Ja, mit einer schönen Tiny Door. Gefällt mir. Da kommen jetzt die ersten Schwammraketen auf. Die Windturbinen von Damn You. Und der hat gleich seine Tier-2-Technologie. Die Munitionsfabrik am Start. Verteidigt seine Windturbinen hier effektiv mit Woods-Bam. Ein Gunner hat er ja auch noch am Start. Auch hier schön unten mit Tiny Door. Es ist sehr wichtig. Gerade auf Maps, die ein bisschen kleiner sind. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Gunner, wenn ihr euch verteidigen wollt, gegen Nukes, ähm... Mini-Door. Tiny-Door. Sorry, Chrom. Sorry. Sorry, Coach. Tiny-Door heißt es. Nicht Mini oder Micro. Tiny-Door. Weil die Türen schneller öffnen, die Gunner schneller schießen können. Und, äh... Ja, auf manchen Maps reicht die Distanz einfach nicht für die Tür zum Öffnen. Und der Gunner schießt einfach nicht. Das ist dann bitter. Aber ihr müsst sie auch irgendwie doornen. Sonst werden sie einfach wie hier von den Minigrann abgeholt. Und da kommt jetzt die erste Nuke. Die kann von dem Guido verteidigt werden, Alter. Was ist denn das? Bei mir würde die Nuke zehnmal in meinen Fort fliegen. Die würde sich irgendwie durch die Vordergrundverstrebung durchschlängeln und meinen Core zerbersten. Ich sage es euch. Aber hier ist ein Guido am Start. Der hat letztens eine Gehaltserhöhung bekommen und ist jetzt richtig eifrig an bei der Sache. Und verteidigt diese eine Nuke. Insane. Aber jetzt ist Guido Geschichte. Schade. Hat ihm die Gehaltserhöhung auch nichts gebracht. Ausgeschaltet von den Minigrannern in Kombination mit den Schwarmraketen. Und jetzt eine. Bassor schneidet hier unten gut rein. Ja. Der Guido verteidigt sich schnell. Baut den Woodsbam schnell wieder auf. Die Minigrannern hätten da ein bisschen Core-Schaden machen können. Die Nuke könnte jetzt abgefeuert werden. Ich schätze mal, auf der rechten Seite ist zur Zeit nicht genug Energie vorhanden. Jetzt doch schon. Diese Nuke. Nein. Nur Schwarmraketen. Warum nur Schwarmraketen? Das ist ein Fehler. Petro. Das ist ein Fehler. Feuer die Nuke. Auch wenn du nicht genug Energie hast. Warte lieber. Warte. Und Feuer die Nuke. Das wäre sicherer Core-Schaden. Ich meine ja. Ja, die Schwarmraketen haben jetzt auch wieder, glaube ich, eine Windturbine ausgeschaltet. Aber mehr eben auch nicht. Kein Core-Damage. Und Deputy aktiviert jetzt hier die Fähigkeit. Sieht also, was Sache ist in dem Fort von Petro. Und kriegt zusätzlich 200 Metall und 2000 Energie. Sehr entspannt. Hat jetzt da oben gleich die erste Kanone fertiggestellt. Hier oben der Spot. Da wollt ihr eure Sachen draufklatschen, wenn ihr nicht Raketen spielt. Das ist einfach für die Stability in der ganzen Base sehr... Ähm. Sehr... Sehr... Ähm. Boah, Alter. Holy shit, hab ich einen Aussetzer. Ich hab keine Ahnung mehr, was ich sagen wollte. Digger, ich hab... Lost. Lost. Ne? Ist geil. Für das Fort Design. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Gott, schenk mir Wörter. Es ist ja schrecklich. Mein Gott. Ja, ich muss aber auch ein bisschen mehr kasten jetzt. Ist auf jeden Fall anstrengend, keine Frage. Aber ich will ja den Content für euch bringen. Und ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, täglich ein Video für euch zu bringen. Wie es derzeit der Fall ist. Oder ob ich ausweichen muss. Und nur noch jeden zweiten Tag. Was ich eigentlich nicht möchte. Aber, ähm... Ja. Vielleicht werde ich das müssen. Nobody knows. Schwarmaketen in Kombination mit der Nuke werden abgefeuert. Zwei Gunner auf der linken Seite bei Debut am Start. Die schalten die Schwarmaketen natürlich jetzt easy aus. Und die Nuke kommt hinterher, die taumelt und kommt durch. Ja, belastend, Alter. Aber ich würde mal sagen, Debut hat sein Glück für heute ausgeschöpft. Dieser eine Gunner da vorne, der die Nuke alleine rausgenommen hat. Das kann jetzt nicht einfach noch ein zweites Mal passieren. Ja, ich brauche zehn Gunner, um einen Nuke auszuschalten. Und er... Ja, er braucht einen. So, ne? Das kann nicht sein. Von daher kommt die Nuke jetzt durch. Angehittet war sie. Aber taumelt hier in das Fort von Debut. Macht ein bisschen Schaden. Der Core... Ja, der... Der weint. Der hat geweint. Das hat wehgetan dem Core. Dem Arm. Bin mir nicht sicher. Ich hätte gerne irgendwann mal eine visuelle Anzeige dafür, wie viel Schaden der Core jetzt endlich genommen hat. Vielleicht kommt das ja mit dem Update. Ja, ich bin mal gespannt. Die Season endet ja bald. Update kommt danach. Sehr wahrscheinlich. Dementsprechend bin ich gespannt, was die Entwickler wieder ins Spiel packen werden. Ob es inhaltlich was Neues geben wird. Oder nur Bugs gefixt werden. Fände ich schade. Ich rechne fest damit, dass inhaltlich was Neues kommt. Na, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur Prognosen abgeben. Bin sehr gespannt, ob diese dann eintreffen werden. Wie gesagt, ich rechte fest mit was Inhaltlichem. Nächste Scham-Arcade. Drei Gunner mittlerweile bei Debut am Start. Die Nuke kann daher easy abgewährt werden. Auf der Map ist die Distanz ein bisschen größer. Also Debut bräuchte ich ja nicht mal Tiny Doors. Aber Tiny Doors sind nonetheless sehr effektiv. Ne, auch auf dieser Map. Schön zu sehen von ihm. Zweite Kanone bald fertiggestellt. Da oben kommen jetzt zwei Sniper. Ein Sniper und ein Gunner noch mit einer Tiny Doors. Äh, lecker. Ne. Schön oben und unten überall verteilt. Die ganzen Gunner damit die Miniguns. Das nicht mal eben so easy ausschalten können. Und ja. Ich frage mich gerade an dieser Stelle. Hätte Petro hier Cleaner spielen können? Oh mein Gott, nein. Oh, so viel Pech hat Petro jetzt aber auch nicht verdient. Der hat da gerade einen Kanonschuss gefressen. Hier ist der Kanonschuss rein. Hat fast das Ganze fort zum Kollabieren gebracht. Jetzt kommt Sandsecker als Verteidigung. Bin ich mal gespannt, ob die hier helfen werden. Ja, der Minigunner ist jetzt auch Futsch der Letzte. Und damit werden die Nukes nicht mehr durchkommen. Gunner muss, äh, Sniper muss gereplaced werden. Sieht nicht gut aus für Petro. Ne, sind wir early. Sieht so aus, als würde Debut hier ganz solide das Spiel entscheiden. Ist hier am Anfang für die Heavy Economy gegangen. Sechs Minen am Start mittlerweile. Und dann die T2-Technologie. Hat sich verteidigt gegen die Nukes erfolgreich. Mit genug Gann an den Tiny Doors. Und, äh, ich würde sagen, Petro hätte es Cleaner spielen können. Hätte er es gewinnen können. Puh. Schwierig. Nächste Nuker kann abgewählt werden. Der Kanonenschuss kommt natürlich durch auf das Fort von Petro. Nächster Kanonenschuss kommt auch durch, nachdem etwas Energie gestohlen wurde. Und geguckt wurde, ey, wo kann ich denn am besten da reinhauen mit meiner Kanone. Hat gesehen, okay, da ist nicht viel Verteidigung vor dem Core. Da schieße ich rein. Denn Splash Damage ist da. Ist da. Und damit, ja, würde ich fast sagen, sind die Core-Gesundheiten ausgeglichen. Mittlerweile. Nächster Kanonenschuss in den Woodspam. Aber jetzt mittlerweile eine Flak. Okay. Also, Debut will hier wirklich volle Kante Defensive gehen. Schön immer mit den Tiny Doors am Start. Es sieht wirklich, wirklich lecker aus. Gut gespielt. Kein Door-Jank. Ein Minigunner mittlerweile wieder am Start auf Petros Seite. Aber da ist genug Anti-Air. Ja, die kann ein Minigunner nicht ausschalten. Und die Flak erst recht nicht. Und damit sind die beiden Kanonen wieder fertig. Die erste connectet jetzt hier in das Fort von Petro. Und damit, ja, geht die Stabilität verloren. Und das Fort kollabiert. Der Core stürzt in den Abgrund. Leute, das war wieder ein Fords-Ranked-Replay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Da bin ich early. Und dann sehen wir uns im nächsten. Ich hoffe, bis dahin habt ihr viel Spaß im Ranked. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein.